Endlich gab es wieder Wasser im großen Tal und die Dinosaurier konnten nach Hause zurückkehren. Aber ihr Zuhause war nicht mehr so, wie es früher war. Das Feuer hatte die meisten Pflanzen zerstört. Die Hoffnung jetzt aufzugeben, teilten sich die Dinosaurier in Gruppen auf, um nach Stellen zu suchen, an denen es noch etwas zu essen gab. Hey, hört mal her, wir haben noch mehr Grünes gefunden. Ist das wirklich wahr? Das wäre zu schön. Das ist wunderbar. Wo denn? Ich wollte sagen, wo, mein Sohn? In einer kleinen Schlucht nicht weit von hier, Papa. Wenn wir teilen, ist genug für jeden von uns da. Geht es dir gut, Hip? Du sagtest gerade teilen. Ja, teilen. Das weiß ich selbst. Nicht teilen ist für Weicheier. Stimmt's? Ja, stimmt. Teilen ist gut. Ja, ja, ja. Kommt, wir zeigen euch den Weg. Und so kam es, dass die Dinosaurier, um ihren Hunger zu stillen, von einer grüne Oase zur nächsten zogen, sich gegenseitig bei ihrer schwierigen Nahrungssuche halfen und dabei lernten, welche Freude es macht, wenn man dem anderen etwas abgibt. Und in den Jahren, die darauf folgten, wurde diese Geschichte vom Teilen immer und immer wieder erzählt. Und so bekam die Zeit ihren Namen, die große Zeit des Teilens. Musik 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 Musik